Capital Bra holt sich den 15. Nummer 1 Hit hintereinander, meine lieben Freunde. Also, das muss doch mal irgendein Deutschrapper mittlerweile mal erreichen, meine Freunde, oder nicht? Was ist mit Mero los? Gibt's da keine Hits mehr von dem? Ist er wirklich doch nicht seinem Hype gerecht? Oder hat Kai ihm die Verträge gekündigt? Man weiß es nicht mal, liebe Freunde. Und zwar geht sich unser heutiges Thema um Capital Bra. Der hat, wie gesagt, 15 Nummer 1 Hits hintereinander. Den 15. hat er jetzt mit seinem Kumpel Samra geknackt, meine lieben Freunde. Und die beiden haben nicht nur diesen Rekord gebrochen, sondern auch einen Streaming-Rekord, ja? Das hat natürlich bisher gar kein deutscher Rapper geschafft, was die beiden geschafft haben. Das ist wirklich All-Abonneur, würde ich mal so sagen. Mit Tilidin legen Capital Bra und Samra den hierzulande meist gestreamten Song binnen eines Tages 3 Millionen Aufrufe, beziehungsweise eine Woche rund 15 Millionen Aufrufe hin. Denn klar, dass das locker für den ersten Platz reicht, oder nicht, meine lieben Freunde, ja? Wie es auf der offiziellen Seite der deutschen Charts heißt, wurde kein Song bisher öfter an einem Tag gestreamt, meine lieben Freunde. Auch innerhalb von einer Woche ist es offenbar kein Lied in Deutschland jemals öfter gestreamt worden. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dieser Stelle an die beiden Rapper. Besonders an Capital Bra, der wirklich in den letzten Monaten wirklich abrasiert hat und auch abgeliefert hat, würde ich mal so sagen, ne? Capital Bra geht auf jeden Fall noch viel, viel weiter. Also der ist auf jeden Fall einer der gehyptesten Rapper mittlerweile. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute. Ja, Freunde, wie hat euch dieses Video gefallen? Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt und abonniert ruhig diesen Kanal, wenn ihr Bock habt auf Rap News. Ich bin auf jeden Fall up to date, regelmäßig am Start, meine lieben Freunde und Peace and Out.